Für mich ist jetzt interessant, weil in der Krankenhaus, man denkt es ist nur Krankenhaus, aber dahinter sind viele andere Prozesse und Methoden und technische auch dahinter und das macht mir schon Spaß. Was ja auch wirklich die Diagnostik wirklich auch ausmacht, finde ich, also jetzt wir als auch Abteilung, dass wir Hightech-Geräte haben, die einfach auch Spaß machen. Ich bin also Prozessingenieur als Beruf, also ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und Pop-Koordinatorin von der Diagnostik. Ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter bin verantwortlich für die Statistik, für die Suche auf neue Methoden, Messverfahren, neue Kids, neue Reagenzien oder neue Geräte. Also zurzeit gefällt mir schon dahinter zu schauen, also wie kann ich schnell etwas machen, damit die Patienten wohlfühlen, dass es schon sicher ist, dass die Ergebnisse richtig sind, dass er schon nach Hause kommt und wieder gesund wird, das ist schon.